Hallihallo liebe Leute, ihr fragt euch was das jetzt soll, aber das ist meine erste Folge DimDimTV. Ich bin Flying DimDim und verarsche jeden nach Strich und Faden, nach Lust und Laune und was weiß ich was. Ihr fragt euch bestimmt wieso, weshalb, warum macht er einen eigenen Channel aus? Ich mach das, weil ich keinen Bock mehr auf Fernsehen hab. Ich schmeiß ihn eh bald zum Sperrmüll weg. Wenn ich einen mehr Batman-Rerun sehe, werde ich ihn schlafen. Weil wer braucht das schon? Mittlerweile läuft nur Trash im Fernsehen. Ohne Sinn und Verstand. Ihr wisst schon, diese scheiß Call-Sendung. Hartz4TV So ruhig. Nein, das heißt an der Schnauze! Geobert, äh, Ticke! Nee. Jamba-Kacke. Denn lauf mit Becken, möge in den Augen, in den Boden und sauf. Mach dich necke, das ist wenn die Beber runterziehen. Mach dich, mach dich necke. Wo sind alle Gameshows hin? Ein Tee wie Theodor. Mhm. Wo ist Werner Schulze-Erdl? Und ihr solltet jetzt in dieser Runde die drei häufigsten Antworten finden. Was macht Harry Weinfurt? Das war ich als Deutschlands dickster Showmaster, Harry Weinfurt, bevor ich mit dem neuen Slim Fast in nur neun Wochen 27 Pfund abgenommen habe. Toll, nicht? Ach, wie war das damals so schön, Familien-Duell zu gucken. Ja, man hat Leute gefragt, nennen sie ein Musikinstrument, das man selbst herstellen kann. Arschkeige. Kreuz. Oder Takeshi's Castle. Arschkeige. So, wie geht's los? Geht's! Geht's! Oder Hütchenspiele, Salvatore. Und du passst jetzt auf und hast du leicht in deiner Tasche, so wie ich dich kenne, rot-kelb oder blau? Rot. Ui, da ist nichts. Letztes Wort? Ja, letztes Wort. Letztes Wort. Und das war dein letztes Wort für heute. Ich habe hier 50 Marken, willst du sie dir verdienen? Aber jetzt erstmal deine Augen auf den Tisch. Wo kann jetzt diese Schweinchen sein? Rosso, Giallo, Blu, Via. Ja, das waren noch Zeiten. Selbst Werbung war damals viel cooler. Ja, Super Nintendo erobert die Welt. Die Super Nintendo 16-Bit-Technologie eröffnet dir völlig neue Dimensionen. 32.000 Farben erobern den Bildschirm. Und die Super 3D-Grafik bringt dich voll ins Spiel. Boah. 16-Bit. 3D. 32.000 Farben. Ich werde nett. Boah. Ach du Scheiße. Das ist doch wirflich. Auf jeden Fall mache ich jetzt nach Lust und Laune mein eigenes Ding. Und ich hoffe, es gefällt euch. In der nächsten Folge erzähle ich euch mehr aus den 90ern. Also klickt auf Abonnieren und schreibt einen Comment unten, was euch so zu den 90ern einfällt. Jap. Bis zum nächsten Mal. Peace, I'm out. Bros. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.